Damit gelangen wir nun zu den Punkten 9 und 10 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter... Beim nächsten Tagesordnungspunkt geht es um Elternkarenz für Pflegeeltern. Die Grünen beantragen einen Rechtsanspruch für Pflegeeltern auf Elternkarenz, auch wenn sie keine Adoptionsabsicht haben. Ein Antrag der FPÖ hat wiederum zum Ziel, dass die Auszahlung des Kinderbetreuungsgeldes für ein Kind nicht mehr durch die Geburt eines Geschwisterkindes beendet, sondern dann für beide Kinder ausbezahlt wird. ...betreffend bessere Unterstützung für Familien mit Folgegeburten im Bezugszeitraum des Kinderbetreuungsgeldes 705 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet. Bevor ich der ersten Rednerin das Wort erteile, gebe ich noch bekannt, dass, nachdem ich mir das vorläufige Protokoll der Debatte der Dringlichen Anfrage angesehen habe und es einen Zwischenruf gegeben hat, den ich erst einmal akustisch nicht ganz wahrnehmen konnte, schon gar nicht feststellen konnte, von wem er gekommen ist, aber auch vom Rednerpult jedenfalls auch wahrgenommen wurde, habe ich mir das stenografische Protokoll kommen lassen, aus dem ersichtlich ist, dass der Herr Klubobmann Lopatka den Ausdruck Gaunerpartie genannt hat und ich erteile ihm dafür einen Ordnungsruf. Damit gelangen wir nun zur Debatte. Vielen Dank.